Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barocken... Ach, wisst ihr noch, schlägt... Damals, als man den Wald noch kaum betritt... Ein Hexer und keinen Moment zu früh. Du hast einen Auftrag für mich? Ja, es geht um meinen Bruder Mikkel. Der ist schon seit einer Woche mit den Frauen aus Bela in den Bergen. Frauen aus Bela? Bela war ein reiches Dorf, bis der Krieg kam. Da brannten die Hütten, die Vorratskammern wurden geplündert und die Männer eingezogen. Die Frauen mussten zusehen, wie sie alleine ohne Essen und Obdach klarkommen. Niemand wollte sie. Die Redanier haben sie nicht nach Novigrad gelassen. Darum hat Mikkel sie in die alten Minen gebracht, damit sie wenigstens aus dem Regen raus sind. Und seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört. Ich könnte mich der Sache annehmen, wenn du mehr zahlst. Das Leben meines Bruders steht auf dem Spiel. Da kann ich nicht knausern. Top! Na schön. Ich suche nach deinem Bruder. Woran erkenne ich ihn? Das ist nicht schwer. Er ist der einzige Mann in einer Frauengruppe. Bei Leichen kann man nicht unbedingt immer das Geschlecht erkennen. Leichen? Was nimmst du zurück? Die haben sich bestimmt nur verlaufen. Aber wenn es zum Schlimmsten kommt. Nun, er hatte Kalbslederstiefel von Meister Holzschuh an. Ich habe ihm gesagt, dass er sie in den Bergen nur ruiniert. Aber er war so stolz darauf. Das müsste reichen. Danke. Was kopfst du so? Der Schriek hier ist der starkste. Sein Kopf würde sich prima an deiner Wand verändern. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen. Aber das schaffst du nicht. Ich habe gehört, man kann von den Männern des Büros ein Essen kriegen. Ehrlich? Wie denn? Na ja. Du musst nur... Ich habe ihn nicht jeden zu langen. Ich habe ihn nicht beobachten. Das ist nicht nur der beste Loser. Wenn er sich entlang an, hast du das Brücken gelegt. Ich habe ihn nicht beobachtet. Und er war, die Flüge ist eine gute Idee. Geh ihm zu haben. Geh ihm bei diesem Wah først. Geh ihm! Geh ihm! Geh ihm! Man muss stark sein, um sowas zu tun. Monsterspuren. Blut, Fleisch, Verdauungssäfte. Fressen für seine Brut. Krabbspinne. Eine giftige. Die Jungen werden bald schlüpfen. Ich muss die Eier zerstören. Die Jungen werden bald schlüpfen. Ich muss die Eier zerstören. Ein Schuh. Mit Meisterholz Schuhszeichen. Mehr ist von der Leiche nicht übrig. Das ist so lustig. Das war's für heute. Das jetzt, du bist der Fred. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Kriegst du nicht genug von anderer Leute Unglück? Nein, ich ziehe was zu essen vor. Wie alle. Bezahl mich und ich bin weg. Ich hätte dich bezahlt, wenn Mikkel noch leben würde. Ich habe meine Belohnung verdient. Gib mir Geld. Belohnung, ja. Mein Geld. Hier. Nach dem, was du für uns getan hast. Was soll das? Das geht mir an der Freude. Für immer.